Vielen Dank fürs Einschalten, willkommen zurück bei Throne and Liberty und heute geht es um den 19. Eintrag der Nahe-Castleton-Komplettsammlung und zwar Tagebuch eines Bauern aus Lasslan. Das sind 5 Stück und ich habe alle auf der Karte markiert, 1, 2, 3, 4 und 5 und wir gehen alle zusammen ab. Angefangen hiermit, direkt vor Castleton, ignoriert die Zahlen, so habe ich sie gefunden. Hier ist Buch Nummer 1, auf diesem Karren. Hier ist Nummer 2, Tagebuch eines Bauern. Hier oben, jetzt gehen wir zur Apotheke. Das hier ist Nummer 3, direkt an der Apotheke. Gehen wir zu 4, ist etwas weiter weg. Hier ist die 4. Notiz. Mitten im Nirgendwo. Und jetzt gehen wir noch zur letzten Notiz natürlich. Und tadaa. Nummer 5. Und damit habt ihr alle 5 Tagebuch-Einträge von Tagebuch eines Bauern aus Lasslan. Lass gerne etwas Liebe da, es würde mich sehr, sehr freuen. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos, wenn ihr die Sammlung natürlich vollständig haben wollt. Und andere Videos, ich gucke mal, was ich noch so hier machen kann. Danke fürs Zusehen, haut rein, ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020